Eine zweite Variante der Kniebeuge wäre die Einbeinkniebeuge, die man auch mit Nordic Walking Stöcken machen kann. Hier die Variante an der Bank. Dann nehmen wir ein Bein nach hinten auf die Bank und jetzt ganz leicht in die Knie gehen und wieder hochdrücken. Wie gesagt, zusätzlich mit den Nordic Walking Stöcken hat man da ein klein bisschen mehr Kontrolle. Dies ist eine Übung, die jetzt mehr auch die Stabilität des Kniegelenks fördert und natürlich ein klein bisschen anspruchsvoller ist.